Das duale Studium Business Administration ist für mich genau das Richtige, weil es für mich zum einen diesen sehr starken wirtschaftlichen Bezug hat, weil ich mich da sehr viel interessiere und zum anderen verbindet es die Theorie und die Praxis. Wir sagen immer, dass das BWL in fancy ist. Also es klingt noch mal deutlich cooler, das Ding ist. Dabei geht es halt darum, dass ein Teil des Studiengangs auf Englisch ist. Wir haben 75 Prozent auf Deutsch und 25 Prozent auf Englisch. Also wenn du dual Business Administration studieren möchtest, würde ich an deiner Stelle Gas geben in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch. Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man das gut kann, dann wird man auch denke ich bei der Uni bestehen und ein weiterer Vorteil ist, wenn du mit anderen Leuten gut im Team zusammenarbeiten kannst, aber auch vielleicht so ein bisschen soziales Engagement mitbringst. Der Unterschied zwischen der HSBA und meiner alten Schulzeit ist, dass wir an der HSBA nur duale Studenten sind und wir haben uns das alle letztendlich ausgesucht und deswegen geben die meisten Leute da mehr Gas als damals in der Schulzeit, wo man vielleicht keinen Bock auf das Fach hatte. Was mir bei Otto sehr gut gefällt, ist, dass ich mich auch in anderen Abteilungen in Projekten einbringen kann, dass ich meine Abteilung selber aussuchen kann. Also ich kann mir anschauen, was mir sehr viel Spaß macht und dahingehend dann meine Abteilung wählen. Aus meiner Perspektive solltest du auf jeden Fall Dual Business Administration studieren, wenn dich dieser wirtschaftliche Kontext interessiert, wo aber auch die Verbindung zwischen Theorie und Praxis dir sehr, sehr wichtig ist.